Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Creon, mit dem Blankwolf, mit dem Grrk und der Krysukia. Hallo. Ich bin schon wieder Town Unutskowolf. Ich auch. Ich nicht. Wer ist rot? Ich. Natürlich, ich bin wieder alleine. Ja, fickt euch doch alle. Ja gut, aber wenn du eine Killingrolle bist, nicht Mafia, musst du alleine sein. Richtig. Vom Setup her schon. Ich bin ja keine Killing. Ja, aber es ist ja völlig egal, ob du Executioner, Serialkiller oder Witch bist. Wenn du nicht rot bist, nicht grün bist, musst du alleine sein. Also bei Witch ist das ja noch debattierbar. Beispielsweise. Was soll es denn sonst sein? Nee, ich meinte, die Witch ist ja nicht streng genommen alleine. Die Witch hat ja noch die Mafia oder die anderen. In der Theorie. Ja, hat man bei mir mal gesehen. Hä? Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich sterbe. Bei mir lauert die Nacht noch neun Sekunden. Ich sage, ich sage, die Nummer 5 wird von der Nummer 13 getötet. Moment, dafür muss ich erst die Namen sehen. Kirito! Nein, ich korrigiere mich. Die Nummer 13 wird von der 5 getötet. Also Asuna und Kirito. Ich habe sie aber gar nicht getötet. Du bist garantiert nicht Asuna. Oh, das ist krass. Random Town Transporter ist heftig. Jupp. Das ist jetzt eigentlich ein relativ easy win für die Town. Theoretisch schon. Muss eigentlich sein. Roll Call, Peeps? Ja, er ist ein nicht-revideter Mayor. So viel Gewisper. Jetzt ist er Spy. Da outet sich wohl gerade der Amne. Welcher Amne? Keine Ahnung. Er tut zumindest so. Wer? Na Link, I don't know exactly who I am. Ach ne, nicht who I am. Du hast auch nicht gelesen, was der andere da gerade geschrieben hatte, oder? Ne, habe ich nicht. Flammery hatte geschrieben, why and who are you? Ach so. Na, kann mich doch egal sein. Ich kann ja nachher so nichts tun. Roboter! Egen Wrestler! Krian, sag du mal was. Hallo. Oh, die robotieren bei mir alle. Das ist nur Blankwolf. Also bei mir, Roboter hast du nicht. Aber du bei mir. Bei mir auch noch der Krian. Aber bei Alex nicht. Toll. Bei mir alle, außer Alex. Haha! Jetzt wird's interessant. Ich muss am Summer liegen. Ich schaue gerade mal nach. Oh, heute da sterbe ich. Wir popperte einmal den Herrn Jailer. Warum? Weil er mich exekutiert hat. Und mich angekündigt hatte. Er hat mir am vorigen Tag schon zugewispert, er wird mich exekutieren. Warum? Weil er dumm ist. Weil er sagte, wow, ich hab ihn zugewispert, no. Dann meinte er, you are dead. Übrigens, kleiner Hinweis, George ist Jailer. Falls es mich interessiert. Boah, weißt du, dass George Jailer ist? Weil er zu mir gewispert hat, you are dead. Das hat er nochmal geschrieben. Also ist es George. Oh, mal schauen, ob die Leute da draußen wirklich Ding ist oder nicht. Das wäre jetzt spannend. Ob die Leute da draußen der Executioner ist und jetzt gewinnt oder ob er wirklich Sheriff ist. Investigator down, hat er gelieft? Nein, hat er nicht. Warum hat der Retri dich eigentlich nicht zurückgebracht? Wie sollte er es machen? Äh, ich meine den Bodyguard, entschuldige. Wie soll er das machen? Wie soll er das machen? Der ist in der Nacht jetzt erst gestorben. Soll er mich beweifen, bevor ich tot bin? Ja. Nein, ich sagte doch gerade, der... Ach so, der Bodyguard, ja. Mhm. Stimmt. Was ist los mit dir? Ich sollte aufpassen. Was ist los mit dir, Prenzol? Keine Ahnung, betrunken. Gib mir was von deinen Tablettenart. Leaver. Für Game Throwing. Welcher Tag war gerade? Der zweite, glaube ich Wir sind jetzt in Nacht 3 Beziehungsweise Tag 3 war jetzt gerade, Entschuldigung Dürrp Ja, toll Was ist denn so toll? Das war der Gott-Parser Hat schon einen Report bekommen? Von mir auch schon längst Jetzt würde ich so gerne George hochwählen Einfach nur, weil ich es an als geprofter Tony Einfach sagen Fick dich Und gehen Ey Hi Crian, bist du wieder da? Ja 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 Ja, hoffen wir, dass der zweite Protection da ist. Ja, hoffen wir. Ey, was ist mit diesem George los? Da kriegt er erstmal einen Report von mir. Hat er von mir schon bekommen? Weil er mich mit Ankündigung exekutiert hat. Er hat mich angewispert, ich habe Rollen gefragt, ich habe gesagt, hier, nein. Er so, okay, du bist tot. Danach nimmt er mich mit, exekutiert mich instant. Warte, ich habe ihn am ersten Tag schon gedacht. Ja, er wird auch reportet. Was ist hier los, ey? Was für eine scheiß Runde schon wieder. Perfekter Episodentitel. Die Anti-Stadt. So, mal schauen, ob ich jetzt gekillt werde. Das wäre so gut. Ich glaube, wenn Krian heute Nacht stirbt, dann kriegt er einen Anfall. Ah, wie geil. Ich wurde attackiert. Ups. Aber ein Bodyguard hat aufgepasst und hat mich gerettet. Ich bin tot. Du warst Asuna. Toll, die Bumpel, Sophia. Aber ich habe gedacht, das Risiko müssen wir einfach mal eingehen. Und wie halt Ding einfach recht hatte, gell? Der Plankfulf hatte recht, dass sie nur das fünfte Killer ist. Wie er sich da freut. Den man anderen umbringt, ne? Ja, aber der kann ja nichts machen. Ist doch egal. Ich hatte bis eben noch da stehen, you smart second bodyguard. Ich muss das smart wegnehmen, weil es war garg. Hä? Was war ich? Du hast mich doch gerade gerettet, oder nicht? Nein. Du hast doch gerade gesagt, sorry, Krizuk hier. Ja. Ich habe ihr gesagt, sie solltet auch nochmal versuchen, die Tum zu bringen. Ach so, du bist der letzte Mafia. Ja, ich hatte doch gesagt, dass er mit Kizuki in der Mafia ist. Der Alex ist alleine und wir beide sind in Tauen. Stimmt, ja. Alex, bist du noch am Leben? Ja, ja. Ich friste mein Dasein. Du musst ja schon der Exe sein, oder was? Nö. Was heißt denn A-N-W? Ist das eine Abkürzung aus TOS, die ich nicht kenne, oder ist das einfach nur Gabel? A-N-W? Answer, answer? Nö. Anyway vielleicht. But anyway, WorldCode? Fragezeichen. Würde zumindest Dinner geben. Warum bin ich jetzt Link? Das ist eine gute Frage. Wir gehen jetzt hin. Los geht's, Lass her. Und dann geht's. Was ist das einiger Bison? Wo ist das, was ihr denn? Was ist das? Ich bin ja, wir gehen. Was ist das, was ihr denn? Was ist das? Oh, das ist das? Das ist das, was ihr denn? Wow, das kam früh. Ich hätte bis eben noch gedacht, das wäre der Alex, der einfach nur nichts claimen will, weil er Jester geworden ist inzwischen. Nee, das wäre schön gewesen, aber leider nicht. Also ich bin das, aber ich bin nicht Jester. Ja gut, aber dein Retri-Cham, da konnte keiner mehr drauf reagieren. Richtig, da konnten wir nicht reagieren. Sorry, Alex. Ja, nee, Tastatur war sticky irgendwie. Schade drum. Sonst hätte ich Inno gewartet. Ja, ich auch. Wenn ich gewusst hätte, Retri-Cham hätte ich Inno gewartet. Ganz easy going, aber das war viel zu knapp. Keine Chance. Keine Ahnung, ich bin aktuell irgendwie nicht so fix beim Schreiben. Ja. Ah, Pech. Ja. 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 wow warum griffst du mal für mich und nicht krieren an vielleicht weil ich gerettet wurde das ist natürlich ärgerlich ich habe den jäler gesagt er soll dich ja hat er auch gemacht die nacht davor ja er hätte sollte es noch mal machen ja er ist ein game zuhause ich habe ihm nicht gesagt jay sunflower again you beat heart ich habe george ist so strotz dämlich kein auf den roll call reagiert es ist so traurig wir können das jetzt so einfach sein das steht nur noch taunder gegen ein maff ja gar das schaffst du nein bitte nicht ja er kann nur innocent worden wenn er geblackmailt wird auf jeden fall ganz bestimmt ja von mir eh schon report gekriegt ja also gewonnen was für ein ja ein schön dass er es auch sagt der garg ja gut es ist gar als ob er jetzt sagen würde george bist der beste mann na ja er hat doch für die mafia gespielt oder ja durchaus aus soll allerseits ich war nicht schnell genug mit dem juden war dieses kotzig der invest genauso der invest hat gesagt eibau ist nicht sk das erste was er mir geschrieben hat achte das war keine ahnung soll executioner sein tja aber nachdem sheriff sagte also die oder sagte er ist sk und unser vigilante die darauf geschossen hat und sagte er ist immun habe ich doch mal einfach geglaubt so wenn ihr irgendwann mal mit silver sagittarius spielt einfach direkt lieben ja sowas möchte kein mensch sehen so jetzt kannst du die verabschiedung machen oder wenn oder wenn ihr t crash sieht dann könnt ihr auch direkt das wird nicht moment das leute tschüss 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 ja 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 Vielen Dank.